So, wir kommen wieder ins Schwimmbad. Heute gehen wir wieder ins Schwimmbad und die Sauros sind noch da, die Pferde sind noch da, der eine der Wohnwagens sind noch da. In der Ferne sieht man den Topf, den Taktum mit dem Heu. Und ja, das sind ca. 3, was ich gerade ungefähr, also ich weiß nicht ganz, wie es aktuell ist, aber das kann man ein Stück nachleben. Dann gehen wir mit dem Heu. 罵 Hier, Voilà, wir trinken mit den Fahrgift und treten. Hallo. Ach, wo haben wir die denn? Hier am Flachen.